Danke, Herr Vorsitzender. Ja, manchmal wird dem Verbraucher das Bewusstsein für das Ausmaß seiner Handlungen erschwert, so etwa beim Herunterladen digitaler Inhalte. Und man ist ja gewohnt, im Inhalt im Netz kostenlos herunterzuladen. Oft bleibt dem Konsument die Entgeltlichkeit verborgen. Oder er lädt es einfach, ohne zu merken, ein Abonnement herunter, obwohl er nur eine einmalige Leistung wollte. Und hier braucht es wirklich ein rechtlich verankertes Rücktrittsrecht. Eine weitere Kritik gilt natürlich auch der Verschmelzung von Fernabsatz und Haustürgeschäft. Denn an der Haustür besteht tatsächlich erhöhte Überrumpelungsgefahr. Auf der anderen Seite dürfen Klein- und Mittelunternehmen bei Verträgen außerhalb der Geschäftsräume nicht unnötig belastet werden. Beispiel, der Konsument besteht ein Handwerk in das Haus oder ein Friseur aus eigener Initiative. Hier besteht kein erhöhtes Schutzbedürfnis, weil hier wohl von Überrumpelungsgefahr nicht gesprochen werden kann. Wir brauchen hier also einen sinnvollen, weitgehenden Verbraucherschutz. Aber auch die Interessen von Klein- und Mittelunternehmen gehören ausreichend berücksichtigt. Besten Dank.